Hallo und herzlich willkommen zurück nach unserem letzten Part mit der Hexe, wo die uns hingerafft hat, was schon so ewig lang gedauert hat. Auf ein neues! Wollen wir alles neu machen? Hexen tanzten um dich herum. Beweg dich nicht. Dreh dich nicht um. So viert sind wir. Ach, du bist allein. Wird dies dein letztes Schönsein sein? Wir färben mit dir die Erde rot. Kriegst du die Feige? Dann bist du... ...rot. blablabla immer dasselbe hier mit hexen weil ich fand es damals voll cool mit den so einer dringereie oder in dnp entgegen so Oh, ich falle jetzt bestimmt mal hinter mir. Ich bin ein Held. Oh, kommt. Ich glaub, wir haben's. Und er wieder. Ich kann es halt gleich immer sagen. Komm in meine Kammer, genieß die Zeit wie dein Traum. Ich freue dich am Spiel mit meinen Wundernklinern. So, jetzt wieder... Eckstein, also muss versteckt sein oder sowas. Ups. Es war früh. Stub. Sag lauf. Stub. Ach, du hast Hexperons. Also, das war nicht nett von dir. So, jetzt kommt der Lieblingsbock. Papas. Die Musik fände ich immer toll. Ich hab mich jetzt hier etwas zu bequizelt. Die Augen ihrer Söhne. Ich kann jetzt wieder reinlaufen. Nehm ich doch lieber, wenn ich, geht der Knurle. We are spire Noch mal eine Wunderkunde, damit unser Leben nicht so niedrig bleibt, denn wir wissen ja, wie viel die uns zieht, wie Sau. Baut er nur ewig. Ich bin auch rübergesprungen. Da, ich sag's euch. Macht gut. Die schästige Maske ist... ...kämmerbar. Und so will ich mich anstelle. Alter, das weiß ich uns ja. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das eine bessere Methode gibt. Ich frage ja, wie viel Leben die hat. Echse, egal. Ich frage ja, 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 egal, das haben euch scariertesgliere Kläger. Ich frageячige und emotionale Anenda. übeldübel haben wir auch nicht damage gemacht für die verhältnisse würde ich mal sagen das fällen wir nicht diese war vorbereitet so 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 wo ist die tschüss schnittigen schnitt geklatscht er sage in ihr gesicht aber es ist Ich hab ja schon gesehen, wie schnell ich zwei Hits hintereinander bekomme ich ziemlich schnell. Ich hab ja noch 120 Leben verviert. Das war's schon passiert. Oh, nein. Da kann man doch nie sicher genug sein, bei der alten Hexe da. Ist das eigentlich unterlevelt oder sowas? Also damals bin ich mal froh gewesen, nachdem die Hexe eigentlich äh... Ich bin dein DQT. Da geht die Maske wieder um. Das war eigentlich ein Kinderspiel gewesen? Die Maske nachher? Ich hab kein Dekling zu oder sowas? Das andere waren ja alle so Kinderspiele. Dreh dich um, versteckt sein. Nee, kein Versteckt sein oder irgendwie keine Ahnung sowas. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Das war auch ein Hinweis. Das war mit deinem Chris. Ja. Rah, ich bin einh. wie zieht das alles endlos für die länge Oh mein Gott. Jetzt haben wir die Maske, wenn sie außerhalb Wildschirms ist, ja? Und man, die geht zurück oder so und dann dagegen läuft und dann kommt es einfach zugerannt. Hör! Höppi! Ach, das war jetzt gerade auch nicht ernst. Damit habe ich nicht gerechnet. So. Schon. Okay, gut. Okay, gut. Boah. Komm schon, Aldi. Löffel ab! Hey, Salmon Dean hier! Ich weiß nicht, wie wir so mit Geist aufgehen müssen. Na ja, Salz und... ...Eisen brauchen wir. Und dann müssen wir deinen Grab schädigen. Gebeinen und alles, was dich an... ...an dich in der Welt binde. ... 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 Fangen, oder? Ich weiß nicht. Fang mich doch, du Eierloch! Nee, 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 ich bin ja viel schneller als du! Der hat mich doch grad... ... erschrocken so. Ich bin übergesprungen. Eieieiei... An den Stellen stelle ich mich an wie ein großer Held... ... bin ich. Neb ich die Stellen, wo ich dann einfach mal gegen die Maske laufe, oder... ... oder... ... oder... ... oder... ... oder... Das ist eine gute Position. 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 Ich muss doch gleich down sein. Das ist eine gute Position. 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 Die Mission ist eh cash. Oh, nehmt's langsam aus. Allmählich sollte die auch fatz sein Guck mal Kacke von mir Soll ich die letzte Wunderknolle kratzen? Ach guck mal, ich hab aber noch ein paar kleine Knolle Nein, Knolle Noch eine, da wir es können So Ich glaube, sie haben so ein Muster, manchmal verfolgt sie sich direkt, manchmal macht sie noch ein schönes Umweg Und dann geht irgendwann mal schneller hier, oder? Ich hab die Harten drauf War fies Wurde Wurde Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.